Liebe Piraten und Freunde, am vergangenen Freitag hat der Bundeswahlleiter bekannt gegeben, wo wir überall zur Bundestagswahl antreten. Und an der Stelle möchte ich gerne nochmal allen Dankeschön sagen, die geholfen haben, dass wir diese Anforderungen erreichen können, vor allen Dingen natürlich die notwendige Anzahl der Unterstützungsunterschriften zu sammeln. Das war gerade in Pandemiezeiten natürlich nicht einfach. Und ein besonderes Dankeschön geht an diejenigen Sammler heraus, die sich hier hervorgetan haben, indem sie hunderte von Unterstützungsunterschriften zusammengesammelt haben. Vielen Dank. Gleichzeitig ist es auch der Start in unseren Wahlkampf. Und als Partei wollen wir nichts mehr als in Parlamente und unsere Meinungen und unser Wissen in den Prozess einzubringen und damit die Geschicke der Gesellschaft zum Vorteil zu beeinflussen. Und mit unserem Wahlkampf haben wir auch die Gelegenheit, gerade in der Zeit, wo alle zuhören und alle sich nach Parteien umschauen, die sie wählen können, unser Programm vorzustellen. Und man kann das ruhig sagen, wir haben ein sehr ambitioniertes Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2021. Wir heben bei diesem Wahlkampf besonders sechs Themen hervor. Das sind Freiheit und Grundrechte, Transparenz und Korruption, Digitalisierung und Netzpolitik, Bildung, Gesundheit und Pflege, Klima und Energie und Arbeits- und Soziales. Und was wie sechs einzelne Themen sich erstmal anhört, ist dann doch alles miteinander verbunden. Oder man könnte vielleicht zwei Blöcke machen. Das eine ist Freiheit und Grundrechte. Und dazu gehört auch Transparenz und Korruption. Wir haben viele Korruptionsskandale in der Vergangenheit erlebt, gerade auch im Zusammenhang mit Corona und den Maskendeals. Und es war einfach ein Trauerspiel in unserer Demokratie unwürdig. Und sowas darf es nicht geben. Dazu gehört natürlich die Freiheit und die Grundrechte von uns als Bürgern, als Menschen, die in diesem Land leben, als Gesellschaft, die dieses Land formen und zu dem machen, was es ist. Dass wir unsere Freiheit ausleben können, aber auch nicht nur wir, sondern zukünftige Generationen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen und dafür treten wir ein. Und dafür haben wir auch immer in der Vergangenheit gezeigt, dass wir bereit sind, vor das Verfassungsgericht zu treten und eben hier für unsere Grundrechte zu kämpfen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten mit der Corona-Pandemie, wo es ein besonderes Abwägen ist zwischen Freiheiten des einen und Freiheiten der anderen, gilt es, diese Balance zu finden. Aber nie zu vergessen, welchen guten Rahmen unser Grundgesetz uns mitgibt, dass wir halt eben unsere Gesellschaft bewahren können und uns einen Leitfaden an die Hand gibt, auch für schwierige Zeiten. Das nächste Thema Digitalisierung und Netzpolitik. Es ist nichts, was alleine steht. Wir haben Themen wie die klassisch-netzpolitischen, dass wir unsere Kommunikationsinfrastruktur sicher halten und dass der Staat einfach nicht eine Vorratsdatenspeicherung betreibt und uns überwacht und dazu beispielsweise auf Ideen kommen, wie ein Staatstrojaner zu freizulassen oder allein durch das Programmieren und bevorratet halten den Staatstrojaners unser System unsicher hält, weil unser Kommunikationssystem Sicherheitslücken haben muss. Also es kann nicht sein, dass der Staat einen Anreiz hat, dass die Dinge, mit denen wir unser Leben leben, das, wo wir unser Leben speichern, was die Basis mittlerweile ja häufig ist, unsicher haben, dass Dritte genauso darauf zugreifen können, dass vielleicht Verschlüsseln uns damit bedrohen, kompromittieren, erpressen, sowas alles. Der Staat muss dafür sorgen, dass wir eine sichere Kommunikationsinfrastruktur haben, dass unsere Kommunikation sicher ist. Denn, dass wir miteinander reden und wie wir miteinander reden und dass wir vertraut miteinander reden können, ist eine ganz, ganz wichtige Basis für unser gemeinsames Miteinander und zum Verständnis untereinander auch. Das nur als einen Aspekt von Digitalisierung und Netzpolitik. Der andere Teil ist natürlich der, dass es uns befähigt, Dinge zu tun, uns auszuleben, dass wir sein können, wie wir sind als Menschen und auch immer nicht nur wir, sondern auch zukünftige Generationen. Das zu bewahren, uns die Mittel an die Hand zu geben, uns ausleben zu können, sein zu können, wer wir sind. Dieses Befähigen auf der einen Seite und gleichzeitig auch die Teilhabe an der Gesellschaft, dass wir teilnehmen können an etwas. Und hier können wir quasi direkt in das Thema Bildung über, dass wir eben lebenslanges Lernen ermöglichen, dass wir einen niedrigschwelligen Zugang haben zu Bildungsangeboten, dass wir unser Leben lang uns weiterentwickeln können, dass es verfügbar ist, dass Lernangebote online verfügbar sind. Und das haben wir auch in der Corona-Pandemie erlebt, wie wichtig es ist und wie schwierig aktuell, wie der Status quo ist, dass wir eben nicht darauf vorbereitet sind. Wir setzen uns ein für Digitalisierung und Netzpolitik, denn wir haben gerade in den vergangenen Monaten gelernt, wie wichtig es ist, dass in den Schulen die Möglichkeit besteht, auszuweichen können und beispielsweise auf digitale Unterrichtsformen auszuweichen, dass eben Schüler auch an anderen Orten als nur im Klassenraum selber lernen können, um eben die Gruppengrößen zu entlassen. Das ist ein Aspekt, der jeden unmittelbar betroffen hat. Dazu kommt auch natürlich das Gesundheitswesen, was gnadenlos unterdigitalisiert war. Ich beziehe mich hier auf die Gesundheitsämter während der Corona-Pandemie, wo es uns effektiv Menschenleben gekostet hat, dass wir hier nicht schnell genug vorangekommen sind und Informationen nicht teilen konnten und auch eine Nachverfolgung der Infektionen nicht schnell genug leisten konnten. Das hat uns echt gekniffen. Dazu kam natürlich auch so etwas wie Homeoffice, was eben ermöglicht wird durch eine zunehmende Digitalisierung. Aber im Bereich der Gesundheit und Pflege geht es letzten Endes weiter. Wir erleben, uns wird vor Augen geführt, wie kaputt unser Gesundheitssystem ist, wie kaputt unsere Pflege ist, wie unwürdig die Menschen, die gepflegt werden müssen, häufig leben müssen. Und im Grunde genommen kommen Probleme hinzu, wie eine Überversorgung mit Leistungen, die dort nicht gebraucht werden, eine Unterversorgung insbesondere im ländlichen Raum oder eine gänzliche Fehlversorgung, die wir bekämpfen müssen. Und auch da wieder einer der Wege, diese Unterversorgung im ländlichen Raum zu kompensieren, ist beispielsweise durch Telemedizin, um nur ein Beispiel zu nennen. Vieles mehr dazu findet sich eben im Wahlprogramm. Das war etwas, wo sich Digitalisierung auch gerade auf unser tägliches Leben beeinflusst im Rahmen mit der Corona-Pandemie. Aber eine Krise kommt ja selten allein, eine Katastrophe. Neben dieser Corona-Pandemie bedroht uns als Gesellschaft die ganze Zeit schon die Klimakatastrophe, die uns wie ein Damoklesschwert über uns legt. Und hier kommen wir zum Thema Klima- und Energiepolitik. Wie schaffen wir einen würdigen Lebensraum für die kommenden Generationen? Was geben wir weiter? Wir haben hier eine Verantwortung und die müssen wir wahrnehmen. Und hier sind wir auch sehr ambitioniert unterwegs. Und da brauchen wir uns nicht vor anderen zu verstecken. Denn wir nehmen Generationengerechtigkeit sehr, sehr ernst. Wir sind eine junge Partei und das zeigt sich eben auch in unserem energiepolitischen Programm. Wir setzen uns dafür ein, dass der Kohleausstieg bis 2024 schon erreicht wird. Dass wir sofort aussteigen und aufhören, die Kohlevorkommen abzubaggern. Und wir glauben daran, dass wir 2030 schon auf Strom allein aus erneuerbaren Energien zurückgreifen können. Wir setzen hier vor allen Dingen auf Photovoltaik und Windenergie und wir denken, dass es leisten können. Und dass das gar nicht mal mit so viel höheren Kosten verbunden ist, wie aktuell die Gespräche, wie aktuell im Gespräch sind. Wir glauben, dass dieser Energiewandel viel, viel effizienter umgesetzt werden kann, als andere darüber reden. Und auch viel, viel einfacher. Denn was wir erleben, sind einfach falsche Anreize, die gesetzt werden. Wenn wir die richtigen Anreize setzen, ist es deutlich einfacher, diesen Wandel in unserem Energiemix und die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Als Beispiel sind hier Fehlanreize durch das EEG genannt, die einfach dazu führen, dass Energieträger, die nicht so umweltfreundlich sind, früher eingespeist werden oder bevorzugt werden. Oder andersherum gesagt, dass erneuerbare Energien benachteiligt werden. Wenn wir hier diese falschen Anreize auflösen, dann sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter. Wir sind einen deutlichen Schritt weiter, eine lebenswerte Zukunft für die zukünftigen Generationen zu schaffen und auch gleichzeitig in der Bundesrepublik selber ein gesundes Wirtschaftsleben aufrecht zu erhalten. Natürlich ist Wandel gefragt, natürlich müssen Lenkungswirkungen erreicht sein, müssen Impulse gesetzt werden, dass es zu einer Veränderung kommt. Das früher oder später, besser früher als später. Denn was wir heute nicht erreichen, was wir in den kommenden Jahren nicht erreichen, das wird uns in der Zukunft sehr, sehr kneifen. Arbeit und Soziales gleichermaßen. Wir haben einen Strukturwandel durch die Digitalisierung, durch den Klimawandel. Hier haben wir viel zu bewältigen und wir haben insbesondere durch die Digitalisierung neue Geschäftsmodelle, die aber nicht alle mit Vorteilen einherkommen. Wir erleben eben Gigworker, wir erleben eine neue Art von Arbeitskraft, eine neue Art von Arbeitsmarkt, Arbeitsnachfrage, die bewältigt werden muss, die häufig mit Prekariat hinterherkommt. Wir setzen uns hier für einen starken Mindestlohn ein, um hier eben einfach sicherzustellen, dass wir mit dem Einkommen, was man verdient, auch nachhaltig leben kann und auch eben nicht ein Problem für zukünftige Generationen schaffen, in dem die Altersvorsorge nicht geleistet werden kann. Wir setzen uns dafür ein, dass es mehr Beschäftigung gibt, in dem Schwellen auf dem Arbeitsmarkt abgebaut werden. Und im Bereich Soziales haben wir innovative Ideen und möchten auf jeden Fall uns mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen weiter beschäftigen, weil wir das für die Zukunft voraussehen, dass wir hier Lösungen finden müssen, dass wir unser Sozialsystem ganz dicht neu erdenken müssen. Ganz wichtig ist uns, und ich glaube, das atmet jeder Zeile, jeder Satz in unserem Programm, wird es deutlich, dass wir einfach möchten, dass wir eine Politik für die Gegenwart machen, aber eben nicht zulasten der Zukunft. Dass es uns wichtig ist, die Zukunft zu gestalten, dass wir eine großartige und fortschrittliche Zukunft gestalten können, dass wir den Menschen den Freiraum schaffen, sich selber auszuleben und ein großartiges Leben zu haben, ohne Sorge zu haben, um die zukünftige Existenz, die Gesundheit oder halt eben dieses Wissen mitzugeben, dass man sich selbst so wirklich kann und auch verändern kann. Dass Lebenswege nicht gerade sind und vorgeschrieben, sondern dass man hier den Freiraum hat, sich selbstbestimmt auszuleben. Der Wahlkampf beginnt, und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß draußen in der Straße. Geht raus, redet den Menschen, wenn ihr Fragen habt, wie ihr euch einbringen könnt. Wendet euch an die Wahlkampfkoordinatoren eurer Länder. Wir haben hier Ansprechpartner direkt in den Wahlkampfkoordinatoren eurer Länder oder in der Öffentlichkeitsarbeit, wenn ihr dazu Fragen habt oder Unterstützung braucht. Im Zweifel wendet euch gerne direkt an mich. Der Wahlkampf ist eine großartige Zeit. Die Menschen hören uns zu. Die Menschen wollen Politikalternativen haben. Die Menschen sind, wenn man sich anschaut, wer Bundeskanzler werden soll, die Leute sind mit keinem wirklich zufrieden. Es ist eine großartige Zeit, hier andere Angebote aufzuzeigen. Für uns zählt jede Stimme. Jede Stimme, die uns gegeben wird, ist eine wichtige Stimme, weil sie uns stärker macht. Wenn jemand einer großen Partei, etablierten Partei eine Stimme gibt, dann ist seine Stimme nicht wirklich bewegend. Bei uns ist es wirklich so. Denn nicht zuletzt durch die staatliche Teilfinanzierung schaffen wir hier Mittel, um das zu leisten, wofür wir stehen, wie beispielsweise Kampagnen oder Klagen vor dem Verfassungsgericht. Geht raus, redet mit den Menschen. Habt eine großartige Zeit. Ich sage euch jetzt schon mal Danke. Wenn ihr Fragen habt zu einzelnen Themen, die Themenbeauftragten stehen bereit. Nutzt es. Vor allen Dingen, wie ich sagte, habt viel Spaß, genießt die Zeit. Und vielen Dank für den Wahlkampf voraus. Ich wünsche euch viel Kraft und viel Energie. Und macht's gut, euer Sebastian.